Wunderschön, guten Tag, Abend oder wann auch immer hat die Studio geschaut, herzlich willkommen zu einem Just Play namens, also natürlich der Playlist, Just Play, aber halt so ein Game, Just Cause 2, mit mir, dem Robin. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal. Just Cause 2 ist, um gleich zu sagen, so eine Art, ich sag jetzt mal GTA, nur man ist quasi so ein super Geheimagent mit einem Interhaken, und mit dem Interhaken kann man so viel machen. Und, vielen Dank, Spiel, was du mich daran erinnern hast, ich habe nämlich schon die Story hier komplett durch, beziehungsweise halt, die Story, da gibt es so Agentur-Missionen, man muss hier nämlich was aufdecken, was hier in dieser Insel komisches läuft und so, und das habe ich schon alles komplett gemacht. Das könnten wir aber auch irgendwann vielleicht später nochmal in einem neuen Spiel nochmal zeigen, je nachdem wie man Bock hat, dann auch die Story zeigen. Mir geht es jetzt erstmal grundsätzlich darum, erstmal einfach nur das Game zu zeigen, was man kann, wie man mich gerade sieht. Man kann sich mit einem Interhaken hin und her schwingen, hat ein Fall schon, mit dem man rumfliegen kann, es ist kein üblich so ein Spiel, wo man auf Realismus, realis, real, 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 alter, was ist denn los? Das Spiel ist halt nicht, jung, jetzt hast du doch verkackt im Leben. Es ist kein Spiel, das Spiel ist hier, das Spiel ist es nicht so ein realistisches Spiel, wollte ich auch nicht sagen, eigentlich. So, hier ist es meine Freunde, mit mir, du bist du, du bist noch empfunden. Den Fehler gibt es schon mal nie. Was kann man in das Kurs machen? Man kann... Lachen zum Beispiel den Brunnen. Ich kriege gerade Haare auf die Schnauze. Zeit zu gehen. Was kann man noch machen? Man kann... Der hat Klinge da nichts auf die Fress. Häu, 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 Häu... Jetzt wird es aber auch krass dich. Krass dich! Ähm... Okay jetzt aber auch echt die Namen. Die Namen, also... Erstmal, Klinge in die Kurve. Und die Nummer hoch. Und... Jetzt haben wir die München mit dem. Hey, man kann... Okay, erstmal umsteigen. Ich habe nichts geklaut, ich brauche die Truppen. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, das ist wofür das Spiel eigentlich gerechnet ist. Einfach nur Paar auszumachen. Ich glaube, das ist ein guter Anfang für die erste Folge. Und... Dann startet man das Spiel. Ganz klar. Oh je je. Nicht durch den Wald fahren, weil man einfach hier zu diesem Dorf, das man links oben auf der Karte sieht. Und wollte einmal... Man sieht ja schon unten auf der anderen... Yo... Kerl. Man sieht ja auf der Karte auf der Linie, das sind Viereck-Dorffälle darstellen. Und hat einen Haken. Man kann nämlich Sachen sammeln, man sieht es hier auch. Und überhaupt gibt es 66% die schon gefunden haben. Mamanache. Das war ein guter Trick von mir, Kollege. Und... Diese 66% sind meistens nur so Waffen-Updates oder... Weil wir hinten schon was Blinken sehen. So. Das ist ein Waffen-Update. Ja, Waffenteile. Damit kann man Waffen modifizieren oder... Gott wird, ey... Gott wird gescheitert. Ähm... Was kann man noch machen? Also hier gibt es verschiedene Teile. Es gibt auch Errüstungsteile und das Leben größer wird. Also, dass man mehr Leben hat, meine ich natürlich. Ähm... Ich suche gerade diese Scheiß-Kiste. Da ist sie doch. So... Schöne Böchel. Saust da. Auch wieder Waffenteile. Und da haben wir die Siegung auch schon gleich geschlossen. Also vervollständigt. Wir haben alle Teile gefunden. Deswegen brauchen wir auch... Diesen dort noch keine... Ja, genau. Die Minute war auf jeden Fall wert. Auch wenn es vier waren. Ähm... Was machen wir denn? Ich glaube wir machen sogar mal eine Mission. Weil es gibt ja, oder? Ich weiß gar nicht, ob man jetzt immer auch eine Gruppenmission machen kann. Ich glaube ja. Ja. Ä-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Da habe ich es nicht markiert. Festungsübernage. 2 Kilometer entfernt. Machen wir. Meine Karre hat sich nicht mehr sowieso ankommen. Yeah! Ansonsten... Ja, man kann ja... halt wie den GTA halt mit Booten fahren, mit Flugzeugen fahren, äh, Blumen. Ähm... Kann, ähm... Ja, was kann man denn noch machen? Ja, grundsätzlich im Prinzip von, äh, von Just Cross eigentlich hier nur Chaos nicht. Ich weiß nicht. Erstmal Nahkampf. Aber, 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 aber... Wow, 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 das kriegen wir außerhalb بع rasро... Tut mir einstellen... Wohohohohohohohohohohohohohoho... Das ist gefährlich. Schutz härt. Dürren schlafen. Doch bliech halt so. Das ist irgendwie die schnellste Bewegungsmethode. Boaaaaam... Ne, war gar nicht schlecht, ja. Kilometer haben wir bei uns. Auf der Karte sieht man gerade ein Symbol für das Rennen, weil man kann ja auch Rennen fahren oder halt auch Rennen mit Flugzeugen und Rennen veranstalten. Oh, schöne Musik. So, gehen wir mal da hin. Was ist denn das für ein Tempel? Da war ich ja noch gar nicht. Naja, und schauen wir mal, was wir machen müssen. Von der Feststellungsübernahme her ist eigentlich im Prinzip alles immer dasselbe. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm mal drüber. Das ist geschützt, das sind ja keine Gegner. Was ist denn los mit dir? Oh geil, hier geht's im Geschütz. Also, so ein Geschütz. Von einem Boot zum U-Boot. Hm, das können wir noch machen. So geil, wenn ich jetzt nicht drauf hätte. Aber nein. Ähm. Egal. Halten wir das hier auf mit so einem kleinen Kamp und machen mal eine Feststellungsübernahme. So weit ich weiß sind sie neu auf der Insel, mein Freund. So weit. Es wäre doch tragisch, wenn sie sich als Spion entpuppen würden. Okay. Schau mal, sehr geile Szene, die hier gerade abgespielt wurde. Kurzer Dialog, das war schon. Auch sehr schön, dass er denkt, dass ich nicht sehr lange auf der Insel bin. Ich kann schon die Story durch. Aber ist egal. Es kommt auf jeden Fall nur einfach die Story durch. Okay Bruder, helfen Sie uns zur anderen Seite des Dorfes zu kommen. Wo ich mich in die Kommunikation des Feindes hacke und die Anweisung sende, die Waffen niederzulegen. Sorgen Sie dafür, dass ich am Leben bleibe, Scorpio. Äh, was sagen wir bitte? Ähm. Ähm. Man musste nämlich in der Story hier, muss man, äh, dem Haupt, also den Typen, mit dem man gerade in der, ähm, Cutscene, der geredet hat, äh, dem Mädel, äh, dem Mädel, äh, so einen etwas größeren Boss-Mush von Helden, dass sie stärker werden. Und dadurch konnten man, ähm, äh, für die Story halt dann quasi, äh, Automation sammeln und sowas. Aber die Sache war halt so, wenn man nur mit einer geredet hat, konnte man auch schon die Story quasi baut treiben. Vor allem mit einem geredet hat. Und das habe ich halt gemacht. Und deswegen, äh, bei den anderen bin ich ziemlich weit hinten. Und... Ja, halt, dass die Leute so fliegen, dass ich halt, äh, äh, Ich hab raus, ich hab, ich hab's versichert. Er ist kurz versichert. Und... Wo geht's? Das ist vielleicht noch die Sons. Äh, ich hab's. diesen heiligen ort von dem gestank der regierungswürmer ja wohl, das ist ein wort, alles kein problem bisschen stelleriegel-style so hinten gammelt noch sein, aber ohne mich ähm, ich spiel auch momentan mit nem controller von daher, weil ich hab so angefangen mit Tastatur mit Maus zu spielen aber das Spiel ist meiner Meinung nach für Controller hergestellt quasi, also man kann es halt nicht von aus wie man spielen aber es ist halt sehr ich weiß nicht, es ist irgendwie so ein sehr stranges Gefühl so wenn man es mit Tastatur mit Tastatur spielt weil halt auch diese automatisches Anvisieren und sowas drin ist und es dann mit Maus ist und irgendwie so ein genau, es ist immer so merkwürdig so, warte mal schon hier naja engl % wieso ist eigentlich jeder mein das russ ich mich an, ne mächtest du siehst das irgendwo so warte, hier ist doch was ein Schmuck Wir haben diesen heiligen Tempel zurückerobert. Die Ahnen werden zufrieden sein. Ja, das kann ich sein, dass sie zufrieden sind. Zufrieden sind. Zufrieden sind. Ähm. Oh, wie sind wir das hält schon? Wir haben die Granat mal hier. Vier Stück. Ah komm. Erschwenden. Erschwenden. Ich hab gerade noch so dran gedacht, was ist denn eigentlich mit dem Typen? Wie sieht's denn aus? Der ist noch fresh? Nein, der stirbt natürlich. Egal. Wir starten am Kontrollpunkt 9. Und ja. Schauen wir mal wie es weitergeht. Ähm. Der Eingang ist gesichert. Sammeln, Ulas! Aber es ist echt, würde ich sagen, gerade eine andere, ähm, Festungseinnahmen so wie sonst keine. Also meistens ist man so in so einer Base wirklich eingetragen. Sei es irgendwie, keine Ahnung, Forschungslabore oder sowas. Und man muss einen verschiedenen Aufbau machen, der ist eigentlich. Das hat sich irgendwie auch ein bisschen, ähm, wiederholt bei dem anderen. Obwohl ich die Festungsübernahmen auch gemacht habe. Äh. So. So. Aber technisch ist der jetzt schon mit dem Rush aus, ey. Wie ist denn man mega behindert? Warum rennt denn der eigentlich vor? Ich will der mir mal das erklären. Den Tempel sichern! Keine Gnade! Okay. Ich muss mich jetzt vor. Ja. Kurz nachhaltig. Konzentration. Äh, ne. Erstmal bevor. Werd ich jetzt mal alles nachhören, wenn es weitergeht. Ich will wissen, jetzt was danach kommt. nichts gutes Pistol gegen Sniper Wir haben diesen heiligen Tempel zurückerobert Die Ahnen werden zufrieden sein Durch Spannend Schnell Und Wir müssen sich fokussentrieren Das ist ja voll was Neues beim Spiel Wie hoch Achso, durch Ja, da ist der Kampang Durch Und in Wechseln Und in Wechseln Und in Wechseln Ähm So Wann abgehen So What the So Alles gut, alles gut Alles gut Position halten, während ich mich in Ihre Kommunikation hacke Beschützen Sie mich, Skorpion Ja, ich beschütze Ich habe ja so ein Spiel Sie schicken Verstärkung Diese Position muss verteidigt werden Naja Wenn ihr da Spann holt Gerne Warte Abfahren So Jetzt gehe ich ja nicht mal hin Und auch mal los Also So Wie dieses Auto Eben wird es halt Einiges einfacher Ähm Moment doch Ich bin fast fertig Ich bin nicht Skorpion Sie sollten sich um diesen Helikopter kümmern Oh 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 Gerade hab ich ihn zwar einfach gerade gesehen Da Der Ich denke mal er hat schon geschleppt Ach ne Das ist ja gar nicht der Es ist noch einer Da ist er Schliff mal bitte Kollege ich muss ein bisschen Looten, denn die Waffen haben wir gebrauchen. Natürlich, jetzt spawnen sie weg. Äh, dies spawnen soll ich. Naja, jetzt wird der PTA geöffnet, da wir eine Festung eingenommen haben. Das heißt, unser Einflussbereich wird erweitert. Und dadurch kriegen wir auch mehr Missionen und sonst was. Ja, jetzt reicht's aber. Na, neue Festungsübernahme. Bereigeschaltet. Wie man sieht eigentlich, jetzt sieht man's nicht mehr. Aber hier ist alles, also bis auf die Fähigkeiten, also alles was rund ist quasi hier. Das Wettrennen, das kann man alles machen. Also hier gibt's genug zu tun. Wie man sieht halt auch vorhin schon mit dem ganzen, was ich alles eingesammelt habe und so. Da hat sich ja wirklich nur, ähm, 0,1 Bereich hat sich was verändert. Also genug zu sammeln hier in dem Spiel, dass man da auf jeden Fall einige Stunden dran investieren kann. Und ich muss auch sagen, also für mich macht Spaß immer irgendwie, vielleicht mal hier so ein Dorf oder halt, äh, wie hier in solchen Gebieten so Armee-Schutzpumpen oder sowas rumzugammeln und einfach mal die ganzen Kisten zu farmen und sowas. Ähm, das macht irgendwie Spaß, ich weiß nicht. Finde mir einfach nur komisch. Ähm, wieso habe ich gerade nur neun, zwei Frames? WTF, Alter, was ist denn hier los? Ja, jetzt hab ich wieder dreist. Alter, was ist... Ähm, so, wechsel ich wieder ein? Alles klar, dankeschön. Ich bin gerade nur voll in meinem Brot. Alles klar, wenn du was glaubst. Okay. Wollen wir kurz noch ein bisschen... Diese Stapel noch platz. Oh, 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 oh. Und wieder erschüttert ein feiger und brutaler Angriff der ultranationalen terroristischen Ula-Boys das Land. Ziel des jüngsten Anschlags war das kleine Dorf Kampung Bahari, dessen unschuldige Bewohner von den Ulas, in deren weltfremden Kampf für Gerechtigkeit und Vergeltung, auf offener Straße mit traditionellen Mandaus abgeschlachtet wurden. Das wird halt auch, das ist halt auch geil in diesem Radio, beziehungsweise wenn wir noch die Nachrichten haben. Es ist halt immer wirklich so, dass es quasi leicht manchmal wirklich wie in der Realität. Also es wird immer, war es entweder verschwiegen, beziehungsweise es wird immer alles schön geredet. Das... Das... Man kann auch eins denken, wie wir ihn sollten. Aber... Hier gibt es dann irgendwie einen blauen Punkt, den wir nicht haben. Ich glaube... Ich habe blauen hier. Nein. Wo ist er blauen? Da. Oh, und da rein mit uns. Wie brauche ich denn das? So, schwarze Kiste. Weil das sind nämlich so Objekte, die man sammeln muss. Ähm, damit man nämlich... Den Leuten, die das halt wollen, halt... Also es wird irgendwie 100 Stück oder sowas, wie man sammeln muss. Das ist so eine kleine Nebenaufgabe nicht. Ich weiß nicht, hups. Nach einer anderen Seite probiert ihr eigentlich alles zusammen. Wir haben Sichtkontakt! Erbitte Verstärkung! Wieso habe ich denn jetzt... Egal. Da hinten ist mir noch eine blaue Kiste drin. Da auch mal. Ich werde auch gelacht. Also es ist nur eine blaue Kiste. Eine schwarze Kiste mit blauem Punkt. Ähm... Die müsste jetzt irgendwo unter mir bleiben. Egal. Ich lasse mir mal fallen. Boah. Komm, ich sterbe nicht. Ja, Kiet. Alles klar. So. Machen wir so eine Kiste. Noch eine Kiste mit revolutionärem Material. Danke. Mit revolutionärem Material. Schlamm. Wir haben Faltaktivität in diesem Sektor! Alle Einheiten! Vorrücken! Ja! Ähm. 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 Ich fühle mich ein bisschen um sich, ne? Ah, okay. Warum hab ich leid? Es ist gar egal. Ähm. Was machen wir denn jetzt? Wollen wir noch ein bisschen Punkte sammeln? Ja. Punkte sammeln in Flenscoe, ich merke euch. Ähm. Ähm. So. Ich nehme seine Flasche. Rechts. Nette Idee. Da wäre auch eh schon... Ne, jetzt werden wir nicht mehr so... Oh, das ist ziemlich hoch. Interessant. Wo sind das hier? Äh. Rechts. Gucken wir mal nach. Dann. Das war jetzt schlecht. Wenn das ein Stoppschild sein soll, dann lachen. Ich nehme seine Flasche. Oh Mann. Pro Generator. Was denn kaputt machen wir in dem Fall? Feuer? Wo? So. Ein Roboter. Weg. Ein Fall. Der OJ. Könnte mich jetzt mal Ruhe lassen. Find's ja nett, dass ihr euch so freut, dass ich da bin. Aber irgendwann ist aber auch zu gut. Äh. Zu gut. Ist ja auch genug. Ähm. Jetzt werden wir alle viel Spaß machen. Joa. So ein mobiles Radar erwischt. Ah, was wollt ihr denn? So. Der ist weg. So. Mal gucken, wer du kommst. Gib dir 5 Sekunden. Okay, du hältst länger durch. Hat sie erledigt. Ähm. Ja. So. Ich muss das machen. Die Blauverrüber. Da. Ja. Na komm schon. Oder? Kann man das hin? Man kann die umfahren. Das ist ja logisch. Da. Ich denke mir in Erinnerung, dass man die auch so kaputt schießen kann. Da. Da muss man stehen. So, da frage ich das jetzt aber. Ähm, wohin gehen denn hier als nächstes? Da wollten wir in so einem hogeboten Punkt besorgen, das ist korrekt. Ähm, dann schwingen wir uns mal hier durch die Welt wie Spiderman und, ja. Oh, da ist sogar. Okay. Ich höre einen Jet. Geil, ich höre einen Jet fliegen. Warte, wir haben, wir haben Granaten, das ist zu Genüge. Okay, vorrücken, wir haben ihn! So, die sind schon in der Geschichte. Schottet ist jetzt nicht so geil. Gehen wir mal runter. Und... Das ging schneller, als ich gedacht hätte. Jetzt warten wir mal. Ich brauche mich auch mal eine Momente. Ja, ja, das habe ich auch gemacht. Spass. So. So. Hey, yo. Uncooler Punkt. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So. Hey, yo. Uncooler Punkt. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, cool, ich kann auch was machen. So, das ist der Rüstungsteil. So. Auf Wiedersehen. Geht's noch nicht. So. 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 Wir werden angegriffen. Erbitte Luft und Unterstützung. Erbitte Luft und Unterstützung. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war verdammt knapp. Wir haben hier was, schickt Verstärkung! Das war's, schickt Verstärkung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.